Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Kirby Forgotten Land. Ohne Apfel. Und ich muss jetzt gerade mal schauen, wo die Schatzlevel sind. Eins ist hier. Haben wir kein zweites gekriegt? Okay, hier sieht man die Schatzlevel nicht. Na doch. Okay, nee, wir haben... Oh Gott, wir haben da eingekriegt. Interessant. Oh nö. Eine Minute 20, das wird nicht so kurz dauern. Also, das würde ich viel länger brauchen. Weil ich dieses Sch... Ähm... Schießding überhaupt nicht leiden kann. Fuck. Äh... Okay, schon. Und... Fuck. Das war's. Ich habe schon am Anfang fürs Erste zu lange gebraucht. Ich habe auch wieder vergessen, meine Freunde. Ich bin schon wieder runtergefallen, habe ich nicht aufgepasst. Oh mein Gott, die Ersten sind so gut gegangen. Ich weiß nicht, dass ich beim letzten so gestruggelt habe. Ich hasse die, ich hasse die Kollegen. Ach Gott. Ach komm, das ist so ein Bullshit, ne? Komm. Komm. Oh Gott. Schön. Haben wir das auch. Dann können wir gleich ins letzte Level gehen. Dann haben wir den Boss für uns. Natürlich noch die Schatzlevel in der nächsten Folge. Aber jetzt Showdown des Bestienrudels. 5 Worte. 5 Worte. Okay. Hier haben wir nichts. Nichts. Hm. Jetzt das wieder runter sollen, ist mir schon klar. Oh Gott. So. Mhm. Oh! Ha! Sehr schön. Fünf? Oh Gott. Die finde ich safe nicht alle. Au. Ihr Ficker. Ja. Ich kann mich nicht davon abhalten, die zu retten. Nein! Oh! 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 Okay. Okay. Ach, Gott. Natürlich. Nein. Oh, Mann. So, jetzt sei er bereits zu sterben. Da ist ein Plakat. Nicht mit mir. So. Sehr schön. Oh, nein. Ich habe einen Moment von meinem Fall-Lohan. Also, wait. Ist es hier mit der Wight? Ah, okay. Okay, wir können nicht nach da unten. Okay, wir können nicht nachdenken. Nein, nein, nein! Fuh! Okay, wir können nicht nachdenken. 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 Okay, ich bleibe hier. Ja, ja, komm. Ah, okay. Ich habe jetzt nicht erwartet, den Stachel... Also, es macht Sinn, dass ich den Stachel kriege, aber ich habe es nicht erwartet. So, dann haben wir auch das dritte Poster. Willen noch zwei. Komm. Oh. Ich denke, ich weiß, wo sie wir machen müssen. Bisschen Cash kann nicht schaden. Das war die Falle! Oh! Ah, okay. Dich lasse ich mir nicht hingehen. Dich lasse ich mir nicht. Nein, komm! Wow, episch! Wäre fast schön gewesen, wenn das auch ein Waddle League gegeben hätte. Oh, das Boot verschwindet einfach. Schade. Kennst du hier noch ein Poster und eine Aufgabe? Ich hoffe, dass wir das Poster... Ah, haha. Von dir lasse ich mich nicht erwischen, mein Freund. Ich hoffe, dass wir das Poster jetzt noch finden, weil... Ansonsten wäre ziemlich enttäuschend. Hier ist es nicht. Oh Gott, come on. Ich will beim nächsten Mal nicht wieder alle... ...fünf Poster suchen müssen. Wenn wir so kurz vor Ziel sind. Okay, vielleicht kommen sie noch. Oh. Oh, tut es in. Um. So. Oh. Okay. Okay. Okay? Nein, da wäre das Plakat gewesen, oder? Okay, jetzt muss ich hier gleich nochmal schauen. Sehr schön. Nein! So, die Frage ist, war es jetzt wirklich da, oder habe ich mir das eingebildet? Es kostet nichts, kostet nur Zeit. Das ist immer so ein bisschen die linke Wand im Auge behalten, weil ich genau weiß, wo ich dachte, dass ich es gesehen hätte. Ich bin jetzt echt verkackt. Okay, ich glaube, ich habe mir das eingebildet mit dem Plakat, aber jetzt habe ich den Wortel die verpasst. Ja, komm, fliegen wir noch ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Ich dachte, ich kann es schon nicht verkacksen. Ja, ich kann es schon nicht verkacken. Sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens den noch gefunden. Oh. Aua Das ist gerade ernsthaft verkackt Hier ist das Poster Keine? Ding? Ok Nein Oh mein. Okay, ein Ding fehlt uns. Ah, wenn wir wenigstens alle Poster. Dann werde ich das letztes noch machen und euch dann wieder zuschalten, sobald ich dabei bin. So. Also dann, bis gleich. So, jetzt muss ich ein bisschen konzentriert weit ran. Okay. Das Schwierige kommt jetzt hier oben, weil das kann ich im Direkten nicht einschätzen. Oh Gott sei Dank. So, jetzt haben wir auch den letzten Waddle D hier geholt. Ich bin noch die im Boss Level. Und die Schatz Level, dann haben wir die Welt abgeschlossen. Sehr schön. Aber dann warst du mit der Folge. Okay, lasst du ein Like und ein Abo für unsere Gefahr. Ich bin im nächsten Mal vorbei. Tschüss. Tschüss.